Hallo zusammen, mich ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for S.O.J. unterwegs und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das ich gerade beim World Questen bekommen habe und zwar ist das hier der Waffenständer der Tanni hier und das ist ein Toy, das wir quasi von allen möglichen Nagern hier im Gebiet bekommen können. Ich habe jetzt eben mal nachgeguckt, es droppt am besten von den Nagern, die hier rumlaufen, da gibt es von den normalen zu 0,4% bzw. hier oben rennen noch Nager rum, die sogar teilweise zu ein bisschen über 1% droppen können. Sonst habe ich geguckt, kann es auch von allen anderen Viechern, also von allen anderen Nagern hier im Gebiet droppen, aber dann geht es schon ein bisschen runter 0,1, 0,2% heißt am besten werdet ihr es wahrscheinlich hier bzw. dort wo ich es gerade bekommen habe hier unten farmen können. Da sind auch relativ viele Nager, ich habe einfach nur ein paar für eine World Quest umgeboxt, dann ist mein Toy gedroppt und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Einmal gelernt und dann schauen wir mal rein, Waffenständer, da haben wir ihn und zwar wenn wir ihn benutzen, dann können wir hier diesen Waffenständer einmal beschwören und ich sehe nichts. Moment, haben wir den, ah, okay, man muss aus der Gestalt rausgehen und dann haben wir quasi jetzt so eine Waffe von den Nagern in der Hand. Sieht ganz schick aus, nichts Besonderes an sich, aber ja, ist eine nette Geschichte, hat man halt quasi genauso die gleiche Waffe wie die Nager, die hier rumlaufen. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen, dass er seine Toysammlung ein bisschen aufstocken kann. Wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal und ciao! Bis zum nächsten Mal!